Florian Silbereisen, das Foto in der Umkleidekabine hat in den sozialen Netzwerken für Fieber gesorgt. Florian bereitet sich in Dortmund auf die größte Show des Jahres Schlagabo um 2021 vor. In den letzten Tagen haben Florian und seine Kollegen viel für das Programm geprobt. Er will dem Publikum eine Show mit bester Atmosphäre bieten. Neben der Programmprobe wollte Florian Silbereisen auch das beste Outfit für sich auswählen. Der 40-jährige Florian gilt als gut aussehender Mann und hat eine jugendlich elegante Art, sich zu kleiden. Bei früheren Auftritten im Fernsehen trugen Moderatoren oft blaue oder schwarze Anzüge. Zusammen mit einer eleganten Schleife, die Florians Schönheit betonte. Mal abwarten, was unsere Florie diesmal in Schlagabo um 2021 tragen wird. Gestern postete der Schlagerstar ein lässiges Wanderselfie. Heute überrascht er mit einem privaten Einblick in seine Umkleidekabine. Für das Event ist der Moderator bereits auf Klamottenjagd. Klar, das Outfit muss bei solch einer großen Veranstaltung sitzen. Gestresster Gesichtsausdruck, verwuschelte Haare und hochgezogene Augenbrauen. Ja, Spaß sieht dann doch irgendwie anders aus. Vor wenigen Stunden postete Florian Silbereisen dieses Foto aus einer Münchner Umkleidekabine. Dabei hält er einige Anzüge in die Höhe. Auf seinem neuesten Instagram-Schnappschuss basiert der Musiker allen anscheinend nach in einer Umkleidekabine. Dabei hält er zwei Kleiderbügel inklusive Hosen in der Hand. Anlass für der Shopping-Selfie ist der anstehende und von Fans lang ersehnte Schlagerboom. Nur nach sechs Tage bis zum Schlagerboom 2021 in Dortmund, erinnert er seine 180.000 Instagram-Fans. Doch bis dahin muss Florian Silbereisen wohl noch einiges erledigen. Unter anderem ein passendes Outfit finden, wie er noch ergänzt. Bis dahin muss sich aber spätestens ein Outfit gefunden haben. Seine Fans stehen Florian Silbereisen mit aufmunternden Worte zur Seite. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Florian Silbereisen auch das passende Outfit findet. Unter dem Post ein aufgeregter Finoam, du musst dich durch den Trubel quälen. Ich hoffe du findest bald das passende Outfit. Du siehst garantiert toll aus. Wieder schön. Kann es kaum erwarten endlich zu feiern der Hit mit dir wieder. Was hältst du von Florian Silbereisen? Das Foto in der Umkleidekabine hat ein Social Network Fieber ausgelöst. Bitte unten kommentieren und nicht vergessen, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um Florian Silbereisen zu unterstützen. Besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Prom News zu verfolgen. Vielen Dank.